Hallo liebe Fußballfreunde, Thema RFC Kaiserslautern Zweite Bundesliga 2020, 2023, 13. Spieltag Hansa Roskog gegen RFC Kaiserslautern, Ergebnis 0 zu 2 Startelf von Hansa Roskog Kolike, Antau, Dunkelin, Heisenach, Schümmerach, Rhein, Dressel, Brüger, Duavig, Fröding, Hintenzer Startelf von RFC Kaiserslautern, Lute, Durm, Buchmar, Tomiak, Zug, Neuhaus, Rezertzimmer, Kleindienst, Kleimand, Clement, Redondo und Beuth Das war's von Hansa Roskog gegen RFC Kaiserslautern, 17.04 17.04